Herzlich Willkommen auf meinem Kanal Inkas Color Art. Ihr seht heute ein Preview von einem Video, was ich euch noch in einer längeren Version erstellen möchte. Die Besonderheit hierbei ist, dass sich es um Filmmaterial handelt, das ich aufgenommen habe, bevor ich überhaupt daran gedacht habe, jemals einen YouTube-Kanal zu besitzen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich noch weitere Aufnahmen von diesem Bild habe, aber dazu muss ich einmal meinen alten Rechner hochfahren und gucken und dann hoffe ich, dass ich euch in der nächsten Zeit dann tatsächlich ein komplettes Video zeigen kann. Es ist ein Video, welches die Rakel-Technik nach Gerhard Richter zeigt. Und ich habe extra diesmal die Tonspur angelassen, sodass man die verschiedenen Geräusche hört, die bei der Rakel-Technik entstehen. Und ich kann mich daran erinnern, dass das ein sehr intensives Bild war, was ich gemalt habe. Und dieser Prozess war sehr lang. Und wenn ich jetzt das kleine Video-Material sehe, was ich jetzt für euch zusammengestellt habe, dann kann ich auch dieses Bild jetzt wieder fühlen, was ich dabei gedacht habe, als ich es gemalt habe. Es gehört mit zu meinen absoluten Lieblingsbildern und hängt tatsächlich auch in meiner Wohnung über dem Klavier. Und ich gucke da im Grunde genommen jeden Tag drauf und erfreue mich, weil die Farben sehr stark an eine abstrakte Version von Seerosen in einem Teich erinnern. Und dieses Bild enthält auch Lieblingsfarben von mir. Das permanent Rot-Violett, dann das Preußisch-Blau, dieses Gelb-Grün und auch ein helles Rosa. Und all diese Farben zusammen sind einfach wunderbar und auch einzigartig. In dieser Größe war es eins der ersten Rakel-Bilder, die ich dann tatsächlich komplett gemalt habe. Und ich erinnere mich, ich war anschließend richtig fertig, nachdem ich mit dem Bild fertig war. Ich meine nämlich auch, dass ich das in mehreren Stunden am Stück durchgemalt habe. Und danach war ich, ich sage es mal so, wie es war, mental platt. Wenn dir diese kleine Video-Sequenz gefällt, dann kannst du dich freuen. Ich würde gerne daraus, wenn ich das andere Material gefunden habe, eine lange Version dieses Videos erstellen und die Farben dann auch heraussuchen, so wie ich das normalerweise immer mache, damit im Einzelnen nachvollzogen werden kann, wie denn dieses Bild entstanden ist. Und ich hoffe, dass du selber ins Malen kommst und Lust daran hast, diese Rakel-Technik auszuprobieren. Ich würde mich jedenfalls sehr, sehr freuen. Ja, dann wünsche ich mir, dass du meinen Kanal abonnierst, mir einen Daumen nach oben gibst und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.